So, sollten jetzt ganz wenige Drohnen da sein. Ein letztes Kabelgebieter. Hast du es? Ja. Ich schließe dich auf der Kuhnbeeren. Ich glaube, ich fliege meine Warn mit her. Wo sie? Sven? Äh, ich weiß es nicht. Kontrollpunkt. Geh mal in die Mitte. Bitte ist immer gut. Ich nehme den Aufzug, okay? Tschüssi, dann. Ups. Wir probieren es einfach nochmal. Hä? Das ist doch nur in die Mitte. Ja, ich sollte vielleicht nicht einfach in den Tod springen. Okay. 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 Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Ich bin einfach runtergesprungen, ne? Der Kettner ist unten. Ich bin auch unten. Okay. Ich bin totgeschossen worden. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Hier bleibt es mir so lange. Genau in die Mitte. Warte. Das schaffst du nicht. Schaffst du? Äh, ich keine Ahnung. Ich bin irgendwo runtergefallen und war super verwurrt. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Oh, Veganer. Äh, ich habe nicht gesehen, dass du Vegan schon hattest. Den wollte ich gerade glatt machen. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Jetzt verbrechen ein paar Sekunden langsamer. Ich habe den ersten, das geht. Okay, kommt noch was. Warte. Oh. 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 Ah, da hast du da gefallen. Okay. Ja, und da war ich super verwurrt. Deswegen. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Ja, alles klar. Er schießt fünf Milliarden mal. Ich komme hier nicht hin. Ich schmeiß keine Ahnung. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Und zwar auch alles. Oh. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Sobald der Erste in die Luft geflogen ist, springe ich hier rein. Oh nein, ich bin eine Granate reingelaufen, die rauskam. Oh, ich habe auch keine Waffe zu schießen. Das ist doch doof. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. What? Einfach nur noch Explosion da. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Boah. Fuck. Achso, da war noch einer. Gleich gesehen. Rechts, ganz hinten in der Ecke war einer. Boah, ich habe dich gestrackt. Entschuldigung. Nee, ich so wurscht. Oh, ich so wurscht. Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Ihr bleibt hier, solange es geht. Ich bin ein. Oh. Kann ich sagen, dass Drohnen mich auch innerhalb von 2 Sekunden töten können? Der Anführer der Kettner ist unterwegs. Lasst ihr nicht entkommen. Ihr bleibt hier, solange es geht. Das wäre so viel einfacher, wenn ich was beschießen hätte. Ja, ich habe... Jetzt haben sie mich in der Luft geholt. So, Mann. Wir haben ein paar Sekunden hier und ich teile. Soll ich da gerade reinwerfen und ein paar Sekunden warten? Ich bin einfach runtergesprungen. So, jetzt haben wir endlich ein Safe. Ich habe immer noch keine... Ich habe... Naja, hier ist ein bisschen... Naja... Kein Kontrollpunkt, aber... Ort, wo wir das Schild aufladen können. Das ist nicht so ein bisschen erschrocken, oder? Ja. Ein bisschen. Hast du jetzt eine Schusswaffe? Hier liegt noch was? Ja, Kontrollpunkt. Ja, ich hoffe nicht, dass man gehört hat. Ja, hier liegt auch ein Kabinat. Sonst... Ich... Die Waffe, die ich trage, reicht für dich aus. Oh! Das ist richtig? Ja. Natürlich. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ja. Nee, das ist ein Sp遊-Gradius. пит zu den droht. Ich bin tot. Ich auch. Hier kommt Trumma-Fanuti. Ich bin tot. Achso, mhm. Achso, mhm. Das geht nicht. Moment, der Hangar. Moment, der Hangar. Da oben ist er. Mist. Wenn wir fliegen, geht es. Ja. Moment, der Hangar. Moment, der Hangar. Ich bin tot. Ich bin tot. So. Jetzt. Er ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hier war alles irgendwie nervös. Lebendig oder T. Tot. Nein. Einfach so. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Nein Hast du mich geschlagen? Nein, zurück, da war der Big Mama. Ja, die wollte ich messern. Ja, dann fliegt die nämlich einfach weg. Nein, geht da einfach nur. Wenn sie wegfliegt, kannst du so flüchten. Fliegt immer weg, wenn man den Special-Angriff hier macht. Was? No, jetzt habe ich der Gewand mich explodieren lassen. Mann. Mein Laderstrahl wird nicht angezeigt. Was? Oh, wow. Ow! Ow! Das war's für heute. 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 Ja, okay. Hinter dir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.